Brettspiele, Rezensionen, Videos und ein Community-Forum. Das alles auf BoardGameJunkies.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Videorezension auf BoardGameJunkies.de Heute schauen wir uns das Spiel Carnivore Koala von Voodoo Games an. Carnivore Koala ist ein Kartenwürfelspiel für 2-6 Spieler ab 12 Jahren und es dauert so ca. 20-40 Minuten. Die Autoren sind André Schillo, Martin Müller und D'Amico. Martin Müller ist gleichzeitig auch einer der Gründer des Verlags Voodoo Games. Und was man in dem Spiel nun so macht, das schauen wir uns jetzt an. In Carnivore Koala befinden wir uns in einer post-eukalyptischen Zeit. Das heißt, der ganze Eukalyptus ist auf der Erde nicht mehr vorhanden. Und die lieben kleinen Koalas mussten sich umorientieren und wurden zu Fleischfressern. Sie wurden Carnivore. Und Ziel ist es, den Koala-König des eigenen Stammes zufriedenzustellen. Wie schon gesagt, wir haben Koala-Könige, welche zufriedengestellt werden möchten. Wie stellen wir sie zufrieden? Indem wir ihnen Nahrung jagen. Und zwar die Vorspeise, das Hauptgericht und die Nachspeise. Dazu können wir in unserem Stamm jeweils eine Reihe Koalas auslegen und diese zum Jagen dieser Speisen benutzen. Des Weiteren werden in jeder Runde Würfel gewürfelt und die entsprechenden Würfelsymbole benutzt. Entweder um neue Karten zu ziehen oder um Koala-Fähigkeiten zu aktivieren. Zum Beispiel bekommt man hier mit der Aktivierung des Karge Koala zwei Speere. Drei Speere braucht man zur Jagd und die entsprechenden Symbole, welche man sammeln muss. Koalas, die an der Jagd beteiligt sind, sterben. Und so muss man jede Runde neu schauen, dass man seinen Koala-Stamm aufbaut. Der Spieler, der zuerst alle drei Speisen gejagt hat, gewinnt das Spiel. Wurde eine Speise gejagt, wird eine neue Karte aufgedeckt. Eine genauere Regelerklärung zu Karnivor Koala findest du unten in der Videobeschreibung. Wie sieht nun mein Fazit zu Karnivor Koala aus? Karnivor Koala ist durchaus ein schönes Spiel mit tollem Humor. Es hat wunderschön illustrierte Karten, wie man sich hier zum Beispiel im Detail nochmal ansehen kann. Die Karten sind ganz flächig illustriert, was nochmal zu dem schönen Look beiträgt. Die Qualität des Spielmaterials ist durchweg gut. Die Karten sind schön, haben eine gute Qualität. Die Würfel sind aus Holz, sind aus leichtem Holz, das mag ich ja nicht so. Aber auch die haben eine wirklich gute Qualität. Das war es ja auch schon an Spielmaterial, Karten und Würfel. Das Spiel selbst hat allerdings so seine Probleme. Einerseits ist die Regel an manchen Stellen wirklich lückenhaft und lässt viel Raum für Interpretation. Besonders das Wort einmalig wird in der Regel und auf Karten oft benutzt, ohne genau zu erklären, was ist denn nun eigentlich einmalig. Einmalig in der Runde, einmalig im Spiel, einmalig pro Aktion. Einmalig kann, ohne dass es näher erläutert wird, nun mal viele Bedeutungen haben. Das wird in Carnivore Koala wirklich zum Problem. Des Weiteren ist der Würfeleinsatzmechanismus, das man eben mit den Würfelsymbolen Karten aktiviert, nicht klar definiert. Denn man kann in Carnivore Koala durch das Ablegen einer Karte die Würfel neu werfen. Es steht aber nicht 100% klar und deutlich in der Regel, dass bereits genutzte Würfel nicht neu geworfen werden dürfen. Das ist natürlich gerade für viele Spieler ein logischer Zusammenhang. Sonst geht die Runde nun mal ewig. Aber Carnivore Koala richtet sich zumindest vom Spielniveau an Familienspieler. Klar, es hat ein Nerd-Thema, es hat lauter nerdige Anspielungen. Den Pathfindbear, den Superhero. Das verstehen sicherlich auch mehr Leute, als man vielleicht denkt. Aber es ist durchaus ein geekiges, nerdiges Produkt, alles in allem. Leider wird es nun mal von der Anleitung der Spielspaß ein bisschen getrübt. Nun, dann haben wir Carnivore Koala natürlich in unterschiedlichen Spielrunden mit unterschiedlichen Spielerzahlen ausprobiert. Und am besten hat es sich tatsächlich rausgestellt im Zweispielerspiel. Warum? Die Downtime. Es geht von zwei bis sechs Spielern. Bei sechs Spielern dauert es ewig, bis man wieder am Zug ist und man kann nicht sonderlich viel machen. Und das Spiel wird einfach noch deutlich chaotischer. Wir finden nicht, dass das Spiel dadurch etwas gewinnt. Im Dreispielerspiel ist uns selbst da schon die Downtime aufgefallen, weil man einfach wirklich nur da sitzt und zuguckt, während der andere spielt. Und man nicht mal seinen eigenen Zug planen kann, da sich in der Zeit so viel verändern kann. Der eigene Stamm kann verändert werden. Koalas können sterben. Es kann eine Beute gejagt werden, die man eigentlich selbst jagen wollte. Und nun braucht man ganz neue Symbole. Also muss man wieder umplanen, schauen, was man bekommt. Und durch den Mechanismus, dass man Würfel neu werfen darf, zieht sich das Ganze teilweise echt in die Länge. Karten ziehen, neu würfeln, Karten ziehen, neu würfeln. Da ist zumindest klar, ein benutzter Würfel, ob zum Karten ziehen oder zum Aktivieren eines Koalas, darf nicht neu geworfen werden. Dadurch ist da durchaus eine Begrenzung drin. Es dauert aber trotzdem teilweise gefühlt zu lange. Ansonsten hat man mit Carnivore Koala ein schnelles, spaßiges Spielerlebnis, welches eben durch seinen Humor und seine Grafik eindeutig am meisten besticht. Spielerisch sind da jetzt keine großen taktischen Möglichkeiten. Man überlegt halt mal, spiele ich die Karte jetzt, spiele ich die Karte erst nächste Runde, hofft auf die Beute und hofft auf die passenden Würfel. Es ist ein Spiel, welches hauptsächlich auf den Glücksemotionen basiert, aber da wirklich dann auch das eben richtig macht. Es kam insgesamt bei Gelegenheitsspielern wie Vielspielern dann gut an. Aber es hat eben seine Macken und besonders die Macken in der Anleitung, die müssen behoben werden, damit Carnivore Koala ein wirklich gutes Spiel ist. Das war meine Meinung zu Carnivore Koala. Ich bin Alex von BoardGameJunkies.de und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder.